Alle meine Supermärkte haben Spitzenpreise. Ich kaufe Feuerwerk und zwar Kistenweise. Die Kassiererin denkt sich Wahnsinn. Das Laufband ist voll wie der Wagen. Heiße Ware muss alles einmal anfassen. Heute gibt es mein neues Testvideo. Heute gibt es die Pop Art Vulkane von Fire Event. Da bin ich richtig drauf gespannt, was die kleinen Teile können. Das sind F2 Vulkane. Also jetzt Pop Art Vulkane. Es sind immer zwei verschiedene Sorten und jeweils zweifach gezündet. Es geht weiter. Die nächsten beiden. Jaden. Jaden. Vielen Dank. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020